Der Drache wird reden. Malakai hat ihn doch nur versklavt. Was will er dessen Geheimnis schützen? Es ist so, als ob er etwas anderes schützt. Etwas, das er liebt. Für das er bereit ist zu sterben. Närrische Echse. Ich habe Jahrhunderte in Schmerzen gelebt, nur durch meinen Willen dem Tode getrotzt. Glaube nicht, dass ich jetzt noch Gnade kenne. Ich werde frei sein. Und wenn ich jeden Drachen und jeden Norkain dafür in den Bargagor schicken muss. Wer ist das? Naogorn? Aus meinem Kopf!